herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76 letztes mal haben wir glaube ich einer der anstrengendsten täglichen operationen meines lebens gehabt tatsächlich das war ja grausam mir ist die munition ausgegangen der andere kollege ist die ganze zeit verreckt weil er halt in der bloody skillung reingegangen ist und halt auch ohne rüstung oder sonstiges sondern stealth und das ist halt dafür total scheiße weil ja die gegner wissen alle automatisch wo du bist du kannst sie nicht verstecken kannst nichts unternehmen und naja deshalb ist da ist die skillung halt dafür nicht geeignet ja ich bin momentan dabei auf dem auf dem auf dem heavy bild um zu wechseln mal schauen wie ich das scharf mach tu naja hier war ich genau wieso denn jemann das volle katastrophe dass ich nirgendwo das schon das zweite mal hintereinander wo ich mein häuschen nicht stellen kann so gut also täglicher quest was haben wir wir werden schließlich täglich operatüter in gruben hauer gruben hauer wo das interessant haben wir denn viele gruben hauer naja gehen wir erst mal erst mal zurück gruben hauer in höhlen ich habe ich habe zwar einen im kopf aber ich weiß nicht mehr wo die war naja das wird schon gut da hat mich nicht gesehen weiter gehen zivilisten trinken sie aufbereitetes wasser damit sie nicht wie diese dinger enden naja ich habe jetzt oh stufenaufstück hatte ich echt ich müsste jetzt heavy komplett voll haben oder voll 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 okay genau was kommt als nächstes keine power rüstung okay ne ich will aber mit power rüstung ja tut ja natürlich auch gut aber ich mache erst mal Ist es wirklich zu viel verlangt, hier alles schön ordentlich zu halten? Keine Power-Busse-Mocke brauche ich nicht. Und dann vielleicht hier mal das raus und das raus. Ja, okay. Sechs Punkte. Keine Power-Rüstung wieder. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Entweder, was mal Reparaturgenie brauche ich für die Rüstung. Munitionsschmied ist auch gut, Waffenhandwerker ist auch praktisch. Dann kommen wir das mal kurz raus. Das ist das mit dem Bogen, das brauche ich. 100 Liegestütze sofort. Stärke. Mal jetzt voll auf Penner. Wie viele habe ich noch da? Wünschte, ich hätte mehr erreicht. Wenn Sie auf einen gefallenen Bruder stoßen, dann zollen Sie ihm Respekt. Wünschte. Hm. Okay, das mit dem Bogen ist tatsächlich sehr wichtig. Noch zwei Punkte. Was nehme ich denn da? Will man nicht mutieren, muss man Red Away probieren. Na gut. Die retten die nächsten zwei Punkte. Mach mal die beiden. Ups. Ich bin kein Sanitäter, aber... Ich glaube, wir haben meine Skin und Kür verkackt gerade. Ich muss... realistisch träumen. Wann mache ich das hier? Obwohl, ne? Wo ist denn die andere Skillung mit dem Schaden? Ach, gar nicht da. Musitionsschmied, Marathonläufer, Vertekt-Operation. Ach, Schleichen hatte ich dafür. Okay, gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Dann nehme ich das doch. Ah, ne. Da. Hier. Ich wäre viel lieber ein Gelehrter. So. Gut. Dann habe ich noch einen Schott rein. Das brauche ich erstmal nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das Kinder Schlaggringer auch nicht. Hm. Was noch? Ja, 1a Häppchen. Naja, gut. Wird halt nix, ne? Ich teile jetzt keinen Schaden aus. Flickler-Operation kann ich auch knicken. So, gucken. Gucken wir einfach mal nach, was wir noch für Missionen haben. So, jetzt ist es die einzige aktive Quest. Es kann nicht sein, dass ich das jetzt nicht sehe. Es gibt weniger gefährliche Orte als den Borg. Aber, was soll's. Ich habe keine Ahnung, wo die Hähne ist. Die Aufseherin. Ich sehe das einfach nicht. Ja. Ich bin nicht verrückt. Na ja, gucken wir mal nach, was es noch gibt. Neben Quests. Das hört sich gut an. Das ist hier oben. Ja, genau. Das sieht cool aus. Wenn die Grafik ein bisschen besser wäre, würde das echt scharf aussehen. Ha. Na, das sind die scheiß Würmer. Ach, da wollte ich gar nicht rein. Mensch. Obwohl, die anderen sind jetzt im Foundation. Dann kann ich ja hier blindern, tatsächlich. Ich brauche ja eh Eis und alles mögliche. bei einer Blöckseleua. Von... Sollen?! Okay. Wsam니다. W路mand! Www. 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 Ich finde es nur doof, dass ich nie eine permanente Dingsanzeiger habe, damit ich weiß, wie viel ich noch tragen kann. Das finde ich immer meistens erst heraus, wenn das bescheuerte Winter schon voll ist. Krassen Akkordion. Ich wusste gar nicht, dass es das als Gegenstand gibt, überhaupt. Scheiße, jetzt habe ich Wodka eingesammelt. Das ist halt immer doof, weil ich die Flaschen halt nicht verarbeiten kann. Wasserbierflaschen, daraus kann ich Glas machen, aber sonst nicht. Stimmt, die haben den Hund mitgenommen. Oh, Geld. Oh, verboten ist es dann auch noch. Wunderbar. So. So. Naja, eigentlich wollte ich was anderes machen. Was ist das denn? Ach, das ist der Magen. Gott. Hauptsache irgendwas zu saufen. Ich verhungere. Lol. Ja, keine Heilung dabei. Geil. Was? Ja, ich kann hier in der Nähe was einnehmen. Krass. Was ist denn da? Ah, herzliche Sumpf, ne? Krass. Scheiße, lass mich in Ruhe. Ja. Ja. Manche Mera. Ah! Pfff, da versteckt das ich. Ich frage mich, was ich da rausgelassen habe. Mitten zwischen den ganzen Punkten habe ich einfach irgendwas rausgelassen. Krass einfach, einfach krass. Warte mal fest, soll ich mal in der Gruppe eintreten? Oh nein, la, 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 la. Da hinten in der Ecke ein Hocker. Mist. Ach, Mann. Hm. Ich glaube, hier sind Gegner in der Nähe, definitiv. Sonst würde das nicht piepsen. Aber wo? Was geht ab? Ah, ich bin am Verhungern, ne? Ja. Roll. Ach, Mann. Kinseng-Wurzel. Okay. Kinseng-Wurzel. Wo sind denn hier Gegner, bitteschön? Hey, verstehe ich es nicht. Das absolut gar nichts. Naja, mache ich halt die Quest weiter. Ah, da hinten. Was machen die da hinten? Na krass, wie ich halt echt gerade verblute, ne? Ja, weil... Okay, was machen die denn so weit hinten? Na, scheiße. Schlingerfiedfress auch noch. Super schlecht. Oh, ne, keine Chance. Kann ich klicken. Das war's. Ich renne weg. Fuß nach Norden. Alter, der gibt mir immer noch am Arsch. Mit ihr? Ja. Oh, ich bin ein Tuft. Das ist nicht so weit. Ich bin ein Tuft. Ich bin ein Z입, werfen. Ich bin ein Duft, werfen. Dat ist nicht so weit. Ach. wie keine chance kann ich klicken heißt gleich lassen ach geil ich kann nicht schnell reißen weil ich gerade am verhungern bin oh mein gott das wird das wird heute wieder ein scheiß tag braucht was zu essen definitiv oder eine heilung irgendwas zu leben kann ja das kriegen was macht ihr denn hier habe ich auch einiges was ich noch nicht entdeckt habe krass bitte sagt mir ich kann was essen hmm Wie komme ich jetzt denn da hoch? Da lang? Wahrscheinlich nicht. Ne. Die muss jetzt echt jeden Scheiß essen, den ich finden kann. Krass. Traurig einfach. Ah, Mist, ich muss die Brücke entlang laufen, okay. Oh, da kann man, oh, da kann man hoch. Scheiß Parasiten. Ey Mann, früher konnte ich mich vor lauter Heilmittel gar nicht mehr retten und jetzt finde ich gar nichts mehr. Mir ist so langweilig da. Wo sind noch mal meine Camps? Hässliche Gedanken, hässliche Gedanken, hässliche Gedanken, hässliche Gedanken. Dann bleib ihm versteckt. Nein, nein, hör auf. Scheiße. Ach, verfugt, die trifft ja gar nichts. Okay. Dein Wunsch ist mir Befehl. Läuft doch irgendwo irgendeiner. Ah, deine Freunde sind tot. So komme ich nicht rein, na. Ja, wo ist denn der? Ach, da ist auch noch was. Ja, wie kommt denn da hin? Nicht so lang. Hmm. Wie kommt denn da hin? Das war's für heute. Das muss weg, das wiegt scheiß ne halbe Tonne. Ah, jetzt verstehe ich's. Aber ich glaub ich kann hier trotzdem den Hang entlanglaufen. Irgendwie irgendwas muss hier sein. Und Vogelhäuse. Ja, hallo? Ja. Eigentlich so comfy hier irgendwie. Oh oh, ich rutsch. Was ist denn hier oben? Ja. Interessant irgendwie. Okay. Okay, hier ist nix. Gehen wir wieder zur Radarstation da unten. Mal kurz gucken was das ist. Hoffentlich komm ich hier auch wieder runter. Mhm. Okay. Oh, Kühe. Zivilisation hoffe ich. Also. Ich hoff's, aber ich glaub's nicht. Delano Grange. Wird mich wundern, Kühe ohne Menschen ist immer schwierig. Tatsächlich. Telefon? Alter. Hm. Okay. Doch. Weniger als ich gedacht hab. Und ansonsten nix. Okay. Schade. Hab bisschen mehr erwartet. Noch irgendwas zum entdecken hier. Nö. Da. Da ist irgendwas. Ein Baum oder irgendwas. Baumstadt? Oh, was ist das denn? Ja doch, das ist schon ein Baum. Nee. Das kann... Nee. Das kann... Oh mein Gott. So wurde ein Stück Erde nach oben befördert. Heilige Kacke. Äh. Das schwebende Glas. Katzennapf. Ja. Bin wieder. Am verhungern. Scheiße. Wie komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Ist das so gewollt? Gut. Ich hoffe mal ja. Also wenn es nicht so gewollt ist, dann weiß ich auch nicht. Gott ist das ein Chaos hier. Okay, also da rein oder weiter da entlang kann ich da auch da hoch. Theoretisch ja, aber ich glaub das wollte ich nicht oder doch? Freundesanfrage erhalten? Hä? Was? Karl, wenn ich nur noch wüsste wie man das lesen kann. Pfff. 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 Vw? Keine Ahnung. Weiß nicht wer du bist. Pfff. Pfff. Ah, die Blumentöpfe kann ich mitnehmen. Mann, ist das abgefuckt, dass das hier alles so halb runterfällt. Oh, das ist anstrengend. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ich wollte da nicht runterfallen. Oh, nein. Scheiße. Oh mein Gott. Voll ausgerutscht, ey. Ja, nein. 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 Er hat mich gerettet. Aber ich war zu schnell. Ach. Voll erbärmlich runtergefahren. Ich habe jetzt kein Bock auf irgendwelche Kackviecher. Versuchen wir es nochmal. Ach, ich bin immer noch krank. Ich war definitiv nicht ganz oben. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich nicht da lang gehen muss. Wir gehen jetzt diesmal da lang. Aber ich muss doch durch die Türhöhle. Ich finde es erstaunlich, wie es hier keine Gegner gibt, ne? Oh, nee. Das ist die Ecke, wo ich vorhin runter, wo ich vorhin runter, wo ich vorhin runtergefallen bin. Ach, fick mich. Oh. Diesmal warte ich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich bin da total offensichtlich. Stich auf dem Stein draufgeknallt. Habe ich noch Platz? Ja, ich habe noch so viel Platz. Warte mal in Ruhe. Also, ich bin hier runter, hier entlang, hier durch, nach oben, dann bin ich da entlang gegangen. Das ist aber falsch. Warte mal. Ich bin gerade in den Kreis gegangen. Also geht es nach unten? Na, ich bin gerade in den Kreis gegangen. War es das? Was ist das denn? Das ist das Gesicht? Was zum Teufel. So, wir gehen jetzt einfach mal hier entlang. Da geht es runter. Okay, das ist eine Schlaufe, Schleife, was auch immer. Und hier komme ich raus. Okay, das ist 100%ig der Rückweg. Mein Gott. Heilmittel. Oh, Jesus. Du bist krank. Okay, doch nicht. Zum Glück. Okay. Bin ich jetzt ganz oben? Nachnicht, oder? Okay. Okay. Interessant hier tatsächlich. Ist das eine Schule? Halt echt, eine Schule. Da ist nichts, da ist nichts. Hier ist auch kaum noch was. Ich glaube, ich habe es. Oh, Lex. Oder habe ich es? Ist das der höchste Punkt? Ich finde, das sieht sich alles noch ein bisschen so... Ach, könnt ihr noch hochklettern? Ne, doch nicht. Da ist eine Schaukel. Hier hinten ist gar nichts. Hm. Hätte ja sein können, dass da irgendwas ist, aber scheinbar nicht. Nein, 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 nein. Ach, Mann, ey. Ja. Ich habe gelackt, oder? Ja, ich habe gelackt. Wunderbar. Da hinten ist irgendwas. Geben Sie sich zu erkennen, ein Dringling. Aua. mit. Boom, eine Tomb. ich meine das ist gerade meine farms gelungen ich nehme halt alles mit was ich finden kann komm ich da nicht rein doch also den sieht man halt gar nicht das verpackt gut dann haben wir das ich habe die quest immer noch nicht abgeschlossen dann gehen wir mal kurz dahin da verstehe ich nicht wie manche leute eigentlich so folgen machen können von 20 minuten das kriegst und auch nichts auf die reihe aber interessant dass das eine mine drin ist wenn ich ein baggeranzug habe dann gehe ich dann auch mal rein zum farmen wir sind das gar nicht mal so schlechte steine die ich finde es komisch dass man die pürze nicht haus machen kann mein gott am bochenende ist es echt still mit dem sodd brennen muss ich schon sagen das sucht das gebiet unendlich der weddiger der wir nicht denn hier ist irgendwas ich weiß noch nicht was die ersten anzeichen deuten nicht auf feindseligkeit hin als mitglied der freien staaten und beschützer von harper's ferry verpflichte ich sie hiermit zum dienst ich muss verwundete beschützen außerdem ist die wiederherstellung der kommunikation mit duncan mccain von höchster wichtigkeit ich habe grund zu der annahme dass ihr trupp in einen hinterhalt geraten ist und sie eine notrufbarke aufgestellt haben allerdings ist das signal zu schwach ihre aufgabe besteht darin einen signal verstärker zu finden mögliche orte für die suche umfassen harper's ferry und den valley galleria elektronik laden sobald sie den verstärker haben begeben sie sich zum überlebenstrainingszentrum und rufen mit diesem code einen frachtbord okay sie den verstärker lassen sie den frachtbord aufsteigen und warten sie bis ihr pitboy das notsignale fängt folgen sie dem signal finden sie die truppe wegtreten so wir gehen mal zum zum haper dingsbums scheiße ich habe halt keine ahnung wie das klingt das chaos in ordnung man ist schön sauber und hygienisch so hat eine stelle musikalische untermalung bei spender 1a fleisch grün sortiert das mit dem feuer habe ich noch nicht gesehen ich glaube dass das feuer ist das was alle abfuckt irgendwie fängt das gerade total schwache menschen haben wir nicht können fleisch lange drehen müssen pause machen machen was anderes wenn arme wieder können komm zurück zu fleisch aber nicht lassen lang allein sonst reicht denn wir meiner wir wollen menschen danken für charlis besonderes grünzeug wir wollen das nicht essen aber charlie sein glücklich fleisch schwitz anfälle das gleiche das gleiche guter arbeit menschen zeit für preise zeit für fleisch Ok, geschafft, krass. Ok, cool. Gräm liebens Fleischmache. Er muss halt warten. Wow, das tolles Fleischhapper. Fleischmache braucht ein gutes Fleischhapper. Jetzt haben wir gute Fleischwoche. Danke, Menschen. Kaufen ein paar Sachen. Charlie, warst du haltend von Fleischhapper? Keine Sorge. Keine Muku für Fleischhapper gekocht. Mensch, nicht sagen Charlie was in Fleischhapper sein. Charlie's Futter. Ja. Boah. Gräm glauben nächstes Fleischhapper werden noch größer. Fleischwoche haben viele Fleischhappers. Viele Chancen für großen Gewinn. Berg Minus Camp. Na, vielleicht hat da was Interessantes. Oder auch nicht. Na, vielleicht doch. Ich bin nicht. Ach, ne. Und hier? Ne, nix. Ok. Wir gehen am besten... Was ist das denn? Ein, zwei Häppchen. Na, nicht dahin. Dahin. steigen hem zu werden. Ach, ne... Quango ... w merge. was ist es, warte. cuz warte. yeah no Das war's für heute. politische operation kann ich nur machen wenn ich die richtige muni dafür habe das ist echt ätzend die könnte ich verkaufen tatsächlich so ich kann ja praktisch fast so gut wie alles verkaufen na mein gott und fehlt nur noch ein scheiß punkt egal mach ich mal andermal so bitte irgendwas cooles scheiße war ja klar gut dann hätte ich gesagt das war es erstmal für heute ich habe ich kann irgendwie kaum was ja nicht habe ich das gefühl ich habe keine dailies abgeschlossen habe nichts gemacht naja egal jedenfalls bedanke mich bei euch fürs zuschauen ich wünsche euch einen wunderschönen tag und wir sehen uns dann das nächste mal bye 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 bye